Nummer 9. Santana. Eine Zuchtstute, geboren 2006 von Stedinger Rigazzoni Raphael und ihr Fohlen Snickers, ein Hengstfohlen, geboren am 17. Februar von Skyline2B Stedinger Rigazzoni. Santana und Snickers werden gemeinsam verkauft. Begehrte Auktionspferde, sportlich erfolgreiche Dressurpferde und gekörte Hengste entstammen dieser Linie. Unter anderem Kadenz von Hochadel, International Grand Prix erfolgreich mit Rachel Dowley, die Hannoveraner Prämienanwärterin Lady Charming von London Time, es erfolgreich mit Tim Koch, sowie der gekörte Hengst Disney von Dante Veltino von den Pferden Auktions 2018, führen die Erfolgsliste an. Nummer 9. Santana. Eine Brutmere, born 2006, schießt bei Stedinger Rigazzoni Raphael und Snickers, her cold, born in February, bei Skyline2B. Brutmere, Santana und cold, Snickers, are sewed together. Many successful sport-horses and successful auction-horses and also licensed stallions are out of this damline. For example, Kadenz bei Hochadel, International Grand Prix successful, Lady Charming by London Time, S-Level successful with Tim Koch, and the licensed stallion Disney by Dante Veltino are out of this damline. www.feyyaz.tv